Herzlich Willkommen hier zur Erweiterungsfolge hier auf der Marsch. Ich werde jetzt hier den Packer aus dem Hof fahren. Stroh werde ich hier nix mehr los. Palettenverlässt nicht. Das ist hier in Leerpaletten. Das heißt, das muss ich demnächst mal organisieren. Aber ich brauche jetzt mal einen Spatter für für Wieselung hoch 23. Und da sind wir jetzt mal nix mehr wichtig, dass wir da auch dümmen können. Und dann nix auch gepresst werden kann. Und der Herr nochmal vorwärts kommt hier. Wird ihn abkürzen. So weit haben wir nicht. Dann müssen wir sie auch nochmal herfahren. Ja, so glaube ich. So, Anhänger wollte ich auch hinten stellen. Wo der eigentlich, naja, der Kipper geht. Die Kipper, die wir brauchen jetzt für die Ernte, ne? Fehler. Nach der Ernte werden alle Fahrzeuge die Wachung repariert. Fleischbesorgung auch die Waschstraße. Das macht's ein bisschen einfacher. Doch die nix. Ja. Ja. Die Kühlen müssen sich auch. Ja. Dann muss ich zunächst mal Leerpaletten hinfahren. Das ist komplett leer. Ja. Darum arbeitet die auch nicht. So. Der Vater ist da hinten. Hier gewesen. Den brauchen wir jetzt. Wir müssen Gas geben, sonst haben wir ja Pech auf Trofeuers, ne? Wie trocken ist. Witterungsmäßig ist alles ungünstig. Wir brauchen eigentlich, äh, einer ist fertig. Wir brauchen eigentlich Regen, ne? Ach, hier der Düngerfahrzeug ist fertig. Okay. Der darf noch stehen bleiben. Dann müssen wir mal düngen. Nach dem Wachstum. Denk mal, dass Bohren gewachsen ist. Also das ist jetzt, äh, höchste Eisenbahn. Dass wir da Gas geben, ne? Vor allem beim Ballenpress, wenn wir uns gucken nicht. Und da. Dass wir noch düngen können. Sonst haben wir da. Ja, dann schaffen wir eine Düngertur und nicht. Also ungünstig. Dann muss noch die, die kleinen Wiesen noch gemäht werden. Für jedenfalls um 25. Aber das wird alles wert. Ich dachte, im Frühjahr ist ein bisschen weniger Arbeit, ne? Wenn die Aussage fertig ist. Dass wir so ein bisschen düngen brauchen. Ein bisschen Unverbekämpfung. Aber Pustigpuppe, weiß nicht. Macht aber nichts. Nehmen wir ihn in Reihe. Wäre es ja auch langweilig, ne? Ja, 23. Gleich schwatten lassen. Da können wir gleich, äh, die anderen können wir lassen. Äh, jetzt ist er fertig. Aber da halt stehen lassen, ne? Weil da ja, muss ich ja nicht normal sein. Nehmen wir morgen früh. Den neuen Tag. Oh, der Luxus hier. Dicke Autos hier. Der Reste. Ja, gut. Können wir auch wieder fahren. So, da sind wir schon da. So. Zeltmodus. Kursgenerierung. 22. Vorgeränder 1. Das geht mir auch nicht. Das fällt etwas klein für den großen Gerät. Und, einstellen. Und man sieht, wie er wegkommt. Einmal ein bisschen zu sehr in die Breite geht. Einmal ein bisschen zu sehr in die Breite geht. Ja. 20. Ja. 24,5 Meter. Ja. Das geht darum, dass wir hier nachher auch, äh, die rand ist trocken, aber kein Heu. also die gefahr ist da also das 1 und ganz groß aber so gedüngt ist wie gesagt da kann der stehen lassen warum normal und da kann mich nicht weiter ballen sammeln gesagt gibt man den beiden weitergearbeitet und wenn ich zu schnell sei denn ich hätte theoretisch also wenn der gabel auf landet mit der ersten bisschen gut da hätte ich doch lieber gesammelt mit anderen waren aber da funktioniert jetzt auch staunigerweise ich verspreche so dass man abgehauen war der aus der flucht sollte er sich bier holen oder sowas keine ahnung so haben wir ein bisschen was gedacht sind die auch gleich gedüngt nach das ist ja ein bisschen größer die fläche wie die 19 wo hier arbeit der 2 und so weiter pressen wenn nicht dann nicht so dass man den ganzen rand noch machen das nachgewände kann man sagen da sind noch acht tausende also die sind doppelt so groß von der menge her inhaltmäßiger als die normalen das müsste hier die vierfache menge runterfahren da gibt es noch ein mod für da kann man bis zu 20.000 das finde ich betrieben wenn die ballen ob sich nicht größer sind die ballensammelpresse von robot f1 die sind zwar größer und sprechen nicht mehr kubik oder mengen ist drin aber die mögen den sammelwagen nicht hier eingetragen wir kennen ja nicht mehr aus noch ein weh und sitzen hier ja da wird man ja gleich ein paar folgen aufnehmen für es ist ja nicht so die das mal hinten mal auch mal aber nicht jeden tag glaube ich da machen wir mal dabei ist immer dabei mal eine halbe stunde hatten wir eigentlich runtergerissen mal schauen also vom rhythmus her also vom algorithmus das berühmte muss halt was veröffentlichen mal anderes thema nehmen aus der rs und da müssen wir nicht weiter auf der zahlen und sagt okay einer mag das andere lieber dann an die wir das kann ich wohl verstehen ich suche auch die abwechslung ich spüre ganz gern die abloh aber wie gesagt das ist schon so alt die vierer version kommt das hand ist ja bei mann die kampagne wer die afro kennt das war alles fantasie aber halt das war was andres oder gas gegen die ballen noch pressen bei der menge muss ich bald noch einen dritten dritte ballenpresse haben bleiben wir fest kommen hinterher aber das können wir aktuell nicht leisten was wollte ich machen ich wollte das ding machen lehrpaletten 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 zum anderen auch noch ein anhänger vom hof den können wir jetzt beruf bringen der nehmen wir auch noch mindestens noch eine ganze weile hier der gras schwatten ist dabei das ist die nächste wiese die wir gemacht haben jetzt diese sind kleine das ist kein Problem da müssen die anderen beiden wiesen noch gemäht werden das wird auch noch gemacht werden das ist ja auch Quatsch ne der ist aber der Brücke da können wir mal gucken bei der Brücke das muss ja auch zurück zum hof ja die Brücke sieht gut aus ich habe den geländerrand sicher nicht da reinfallen da kann man gut da haben wir nichts gehört ne bei der arbeit Kies, Eisener Zement ist immer, Zement, na gut, dann muss ich auch noch mehr, die Produktion dauert ja auch so lange weiter, ja anfangs ist das blöd, aber gut, nur anfangs, so ab geht's zum Hof, unser Hopsen wächst auf, muss der gedüngt werden, ich glaub schon, fährt mir grad so ein, der muss gedüngt werden, dann werden wir gleich mal einen losschicken Wahnsinn, ja gut, ist ja alles kein Problem, machen wir keinen Stress, gut, dass wir auf Altspiele Paletten und Paletten Da rum und leicht, da hin, dann brauchen wir wieder Holz, Holz, Bäume, kann Bäume liegen ja noch ein Wald, also so schlimm ist das nicht, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich keine Holzbrote, Holzproduktion, auch Diesel und Leerfalle ist irgendwo nicht logisch Es muss ein bisschen logischer sein, genau wie die gleiche mit Tierproduktion, Kälber und Rinder, nee das funktioniert nicht, das ist sowieso nicht korrekt, in Anführungszeichen, ne Auf jeden Fall, Gässchen sind teuer, weil es ja auch keine Dauer bis zum Wind flachkreis ist, ne, also Das hink, ich hab's da schon ein paar Kälber, aber die brauchen halt nur ihre Zeit, ne Die ersten, wenn auch nur die wendlichen Seite, das ist auch, äh... Wahrscheinlich im Winter, muss man sehen Da fahren wir so dran Da werden wir zwei Klinge abzählen können Dann werden die Leerfalle Düngen Dann düngen wir auch noch mal was müssen Einer steht da aktuell auf 36 und wartet da, da dauert er noch ein bisschen Aber erst mal machen wir Leerfalle, das ist auch noch ein Wunderschutzkörper, bis ich die abgehängt habe, ne Aber hier noch so ein Bier, an der Hänger hier, ne Einchen, das macht ihm das mal so Den hab ich schon mal gehört, ob er aus dem Hotel kommt Als für eine Region, das weiß ich auch nicht aber heute ist ja Schluss, das ist wieder zu Ende, dann sagen wir tschüss, tschau, das hat Spaß gemacht, morgen geht es weiter hier in Untermarsch mit Leibballetten anliefern und Gas gehen Schönen Dank, tschau, 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 tschau.